Deroba, Ihr Spezialist für Rotorarmierungen, Spaltrohre und Faserverbundhülsen aus Glas- und Kohlenstofffaser. Mit über zehnjähriger Erfahrung und umfassendem Know-how auf dem Gebiet der Verbundfasertechnologien entwickelt und produziert Deroba unter der Leitung von Ulrike Olm und Frank Lüdecke Hightech-Produkte, die zum Beispiel im Elektromotorenbau, Fahrzeugbau, dem Bergbau sowie in Raum- und Luftfahrt zum Einsatz kommen. Genau nach den Anforderungen der Kunden werden unsere hochwertigen Produkte im Wickel- und Direktwickelverfahren mit modernsten Fertigungsanlagen hergestellt. Die Auswahl der eingesetzten Materialien und Auslegung der Bandagen stimmen wir optimal auf die gewünschte Rotorgeometrie, Drehzahl, Einsatztemperatur und Umgebungsbedingungen ab. Sorgfältige Qualitätskontrollen gewährleisten die Einhaltung der geforderten Parameter bei jedem Stück. Neben der exakten Vermessung können wir auch Schleudertests auf unserer eigenen Testanlage durchführen. Deroba – höchste Qualität und kurze Lieferzeiten.